servus haubert erde und herzlich willkommen zu einem neuen video ja ich mach gerade urlaub wo du jetzt nix zur sache auf alle fälle ich mach urlaub und hab mir gedacht ja ich lade euch jetzt mal wieder ein video hoch und zwar habe ich jetzt einen partner gefunden tatsächlich für youtube für meinen youtube kanal und zwar ist das der beverly hills car club aus l.a. kalifornien lieben grüße an die andy falls du so schaust genau der ist jetzt mein neuer partner wenn es geht verlinke ich den in der beschreibung falls der link funktioniert es ist aber so sache manche links lassen sich dann zwar kopieren aber nicht unter dem video einfügen und aber wenn es geht verlinke ich den einmal in der video beschreibung ja was gibt es sonst nice ja nicht voll eigentlich muss ich sagen ja das war es eigentlich auch schon wieder ich freu mich ach so ja genau ich freu mich auf jeden fall auf die zusammenarbeit mit dem bei weil ich hilfe kacke und ja schauen wir mal was dabei rumkommt so was ich jetzt weiß nicht ob ich das sagen dürfen aber ja ich frage erst einmal nach normalen extra video dazu auf alle fälle ja ich wünsche euch jetzt auf jeden fall ein schönes wochenende bleibt zweiter mutter sportlich interessiert auf jeden fall schönen tag noch